Wir bauen Ihre Zukunft in Paraguay. Paraguay Live. Hausbauen in Paraguay. Willkommen bei Paraguay Live, wo wir unter Palmen in Paraguay Ihr Traumhaus verwirklichen. Entdecken Sie unser Online-Angebot und lassen Sie sich von deutscher Bauqualität in einem tropischen Paradies überzeugen. Profitieren Sie von unserer mehr als 20-jährigen Bauerfahrung in Paraguay und verwirklichen Sie Ihr Traumhaus mit unserem erfahrenen Architekten-Team. Wir verwandeln Ihren Traum vom perfekten Zuhause in die Realität, mit einem erfahrenen Team, das deutsche und paraguayische hohe Standards direkt vor Ort umsetzt. Die Baugrundstücke befinden sich in einer Höhenlage direkt in der Stadt Piribebuy, Cordillera, circa eine Autostunde von der Hauptstadt Asunción entfernt. Eine sehr gute Infrastruktur ist für zukünftige Bauherren von entscheidender Bedeutung, da sie das Wohnumfeld und die Lebensqualität maßgeblich beeinflusst. Verkehrsanbindung. Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen ist wichtig. Zudem sollte die Erreichbarkeit von wichtigen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Arbeitsplätzen gewährleistet sein. Straßen und Wege. Gut ausgebaute Straßen und Fußwege erleichtern nicht nur den Verkehr, sondern tragen auch zur Sicherheit der Bewohner BI. Radwege und Fußgängerzonen fördern zudem eine gesunde Lebensweise und reduzieren die Umweltbelastung. Versorgungsinfrastruktur. Eine zuverlässige Versorgung mit Strom, Wasser, Gas und Internet ist unerlässlich für modernes Wohnen. Eine stabile Versorgungsinfrastruktur gewährleistet den Komfort und die Lebensqualität der Bewohner. Grüne Bereiche und Parks. Die Verfügbarkeit von Grünflächen und Parks fördert ihre Erholung und verbessert ihre Lebensqualität. Sie bieten Raum für Freizeitaktivitäten, sportliche Betätigung und soziale Interaktion. Sicherheit. Eine sichere Umgebung ist für Bauherren und ihre Familien von höchster Bedeutung. Eine gut ausgebaute Infrastruktur umfasst daher auch Sicherheitsmaßnahmen wie Beleuchtung, Überwachungssysteme und eine effektive Polizeipräsenz. Kulturelle und soziale Einrichtungen. Die Nähe zu kulturellen Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Theater und Restaurants trägt zur Lebensqualität BI und bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten für Bewohner aller Altersgruppen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Eine moderne Infrastruktur sollte auch umweltfreundliche Elemente integrieren. Wie zum Beispiel Recyclingzentren, Grünflächen, Fahrradwege und erneuerbare Energien sind wichtig, um die Umweltbelastung zu reduzieren und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Eine erstklassige Infrastruktur berücksichtigt die Bedürfnisse der Bewohner in Bezug auf Mobilität, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Lebensqualität und trägt somit maßgeblich zur Attraktivität und Werthaltigkeit einer Wohngegend BI. Naturmaterialien und exzellent geschulte Bauarbeiter unter Architekten. Aufsicht garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ein Haus in Paraguay zu bauen bedeutet, ein Zuhause zu schaffen. Unser Team realisiert vom Erstgespräch bis zum schlüsselfertigen Haus ihre Vorstellungen, angepasst an die klimatischen Herausforderungen Paraguays, was von großer Bedeutung ist. Die Architektenhäuser stehen für hervorragende Qualität und Baukunst, gebaut mit Liebe zum Detail. Sie erhalten ein schlüsselfertiges Haus, genau nach ihren Wünschen, mit persönlicher Betreuung durch das Architekten-Team, der ihnen stets zur Verfügung steht. Von der Planung bis zum fertigen Dach bieten wir alles aus einer Hand. Wir legen Wert auf hochwertige, ökologische Baumaterialien, die Sie selbst nach Bedarf auswählen können. Bei einem Neubau setzen wir Ihre Wohnträume um. Unser Service umfasst Bauberatung, Planung in Klee, Architektenpläne, Materialauswahl und einiges mehr, das Wichtigste die Erfahrung in Paraguay. Sie suchen ein Grundstück in Piri? Wir helfen Ihnen, den idealen Ort für Ihr neues Zuhause zu finden, von der sicheren Wohnanlage am Stadtrand bis zu ländlichen, idyllischen Grundstücken mit Palmen und Top-Aussicht. Wohnen Sie noch nicht in Paraguay, möchten aber bauen? Kein Problem. Wir überbrücken jede Entfernung und stehen Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite, inklusive regelmäßiger Updates zum Baufortschritt. Tauchen Sie ein in die Welt von Architekten, erfahrenen Fachkräften und verwirklichen Sie Ihren Traum vom Leben unter Palmen in Paraguay. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und beginnen Sie Ihr Bauabenteuer.